Herzlich willkommen, lieber Stier, zum Taroskop mit Ella. Liebe, wichtig. Ich mache heute eine Herzlegung für euch und zwar gucke ich mir an, welche Energien in Sachen Liebe für den Stier im Monat Januar vorherrschen. Dazu habe ich ein Herz oder werde ich ein Herz legen. Das zeigt dich, deinen potenziellen oder deinen realen Partner, was die Energien betrifft, wie die Beziehung läuft im Januar, ansonsten wie sie potenziell laufen könnte, wenn du den entsprechenden Gegenpart triffst. So, fangen wir mal an. Die erste Karte bist du. Die erste Karte ist der Magier, allerdings umgedreht. Das ist manchmal so eine Karte, da ist man ein bisschen nickelig oder mit anderen Dingen beschäftigt. Also nicht unbedingt die beste Voraussetzung, aber wir gucken mal. Welche Energie hat denn gegenüber den König der Münzen? Also gefestigt, geerdet. Wie gesagt, ihr müsst nicht von den Geschlechtern ausgehen, weil es eine allgemeine Legung ist und das kann sowohl ein Mann als auch eine Frau sein natürlich. So, dann gucken wir mal, wie die Aussichten für den Monat Januar in Sachen Liebe sind. Sehr schön. Häusliche, gemütliche Energie. Ja, also sehr positiv. Auch wenn du, wie gesagt, lieber Stier, ein bisschen nickelig zu sein scheinst diesen Monat. Vielleicht bist du mit anderen Dingen einfach mehr beschäftigt. Die Beziehung. Die 5 der Münzen. Da fühlt sich wohl jemand ein bisschen außen vor. Ich mach das jetzt mal so. Grundsätzlich ist die Beziehung gut, wenn sie schon länger besteht, dann kennt ihr euch ja auch besser und dann könnt ihr damit auch umgehen. Wenn das eine frische Beziehung ist, ist das vielleicht nicht so toll, weil die 5 der Münzen bedeutet immer, dass einer sich im Regen stehen gelassen fühlt. Ja, und das kann dann nach hinten losgehen. Aber gucken wir mal, warum ist denn der Stier im Januar so ein bisschen anderweitig orientiert? Gucken wir mal. Oh, er ist auf anderen Pfaden. Also, er sucht das Glück, ein Neuanfang, vielleicht beruflich, vielleicht einen Umzug, eine andere Stadt, was auch immer. Ah ja, er verlässt etwas, um sich etwas Neuem zu widmen, schweren Herzens. Er sieht nur die Krüge, die umgefallen sind, die hinter ihm stehen, sieht er nicht. Also so ein bisschen am Scheideweg momentan. Okay, dann ist man vielleicht auch nicht so unbedingt auf neue Flirts oder so aus. Ist ja nicht schlimm. Dann haben wir den realen oder potenziellen Partner. Der ist auch auf Arbeit fokussiert. Dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. So, was haben wir noch? Oh, der hat ein gebrochenes Herz. Das ist nicht gesagt, dass das jetzt hier raus rührt. Ich denke, das ist eine vielleicht ältere Verletzung. Ja, das muss nicht sein. Aber ich gucke noch mal. Was kommt denn da jetzt noch? Da wurde etwas ziemlich schnell gekappt. Das ist eine Beziehung, die vielleicht vor gar nicht allzu langer Zeit beendet wurde. Bube der Schwerter. Ja, jetzt habt ihr eine sehr positive Energie zueinander. So. Und das ist doch schön. Die Liebenden. Ja, also da ist Liebe im Spiel. Und warum fühlt sich dann jemand, wobei ich, ja beide könnten sich ja auch außen vor gelassen fühlen, wenn da irgendwo was sowohl bei dem einen beruflich, vielleicht bei dem anderen privat schief geht. Königin der Stäbe. Das heißt, ihr solltet euch auf eure feurige Energie auf den einen Stab konzentrieren. Zumindest sofern es die Zeit zulässt, die Möglichkeiten. Und alle Obsessionen können, ob das jetzt arbeitsmäßig ist, trauermäßig, verarbeitungsmäßig auch mal zur Seite legen. Ja. Sonst fühlt sich der eine oder der andere oder sogar beide ein bisschen außen vor. Locker bleiben. Einfach mal hängen lassen. Ja. So, das ist so meine Aussage jetzt dazu. Ich ziehe euch noch eine Liebeskarte von Doreen Virtue, um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, genauer zu sagen, worauf ihr achten sollt. Neue Liebe. Also ist das wohl eher für die Singles. Eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Also wenn das dann für Singles gedacht ist, dann ist das jemand, dein Gegenüber, der gerade aus einer Beziehung kommt und vielleicht auch nicht es gerade so leicht hat, erst mal darüber hinwegkommen muss. Du bist mit Arbeit voll und trotzdem ist Liebe in dein Leben gekommen. Ja. Und jetzt gucke ich noch mal, ob es was für die Paare gibt. Seelengefährte. Ja, dies ist dein Seelengefährte. Also, alles gut. Es gibt Höhen und Tiefen im Leben. Und wenn ihr die gemeinsam bewältigt, wunderbar, dann könnt ihr die Liebe feiern. So, liebe Stiere, wir machen jetzt noch eine Übersicht über die vier Wochen im Januar. Einfach mal so, um ein bisschen näher ranzukommen. So, in der ersten Woche haben wir den König der Schwerter umgedreht. Das heißt, es sieht so aus, als ob ihr euch in der ersten Woche noch nicht so gut, also ich sag mal, kommunikativ, ja, darstellen könnt. Ja, ein bisschen Kommunikation ist gebremst. Vielleicht seid ihr ein bisschen still oder habt einfach keine Lust zum Reden. In der zweiten Woche haben wir die Königin der Münzen, aber leider auch auf dem Kopf. Ja, das bedeutet, ihr fühlt euch nicht so finanziell abgesichert und, ja, stabil, wie das sonst so normalerweise der Fall ist. In der dritten Woche haben wir den Ritter der Kelche. Viel Gefühl, ja, die ganze Stimmung ist gefühlvoll. Das ist schon mal sehr schön. Und in der vierten Woche haben wir die Zwei der Kelche. So, das sieht natürlich erstmal nicht so toll aus. Gut, das ist hier der König der Schwerter, der Wahrheitssuchende oder der auch Wahrheitssprechende. Vielleicht haltet ihr auch in der ersten Woche ein bisschen damit hinterm Berg. Das kann gut sein, das kann schlecht sein, das gucken wir gleich mal. Und ja, die Stabilität, vielleicht muss man sich ein bisschen anstrengen. Ja, wir gucken mal. Ritter der Kelche, viel Gefühl, Stimmung, gefühlvoll. Und in der vierten Woche die Zwei der Kelche, da geht man aufeinander zu. Schauen wir mal, was wir da haben. Was ist mit dem König der Schwerter in der ersten Woche? Was müsst ihr da wissen? Schweigen ist Gold anscheinend. Ass der Münzen. Also, vielleicht heißt das einfach, in gewissen Situationen vielleicht nicht direkt hervorpreschen und mit der Wahrheit rausrücken oder vielleicht einfach nur den Mund halten. Das kann ja manchmal auch sehr nützlich sein, weil das bringt euch was. Und ihr braucht ein bisschen Ruhe. Vom vielen Feiern wahrscheinlich. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Deswegen seid ihr vielleicht auch nicht so gesprächig wie sonst. Das ist ja nichts Schlimmes. Und ja, es ist auf jeden Fall stabil in der ersten Woche. Und ihr seid ein bisschen müde vom vielen Feiern. Kann man ja verstehen. Die zweite Woche. Königin der Münzen. Da gibt es wohl irgendetwas, was euch Sorge bereitet. Tja, da scheint es jetzt nicht so ganz so rund zu laufen. Auch gerade in der Liebe nicht, weil das ist ja die Liebeslegung. Vielleicht gab es Streit oder ihr macht euch um irgendetwas Sorgen. Und wahrscheinlich zu Recht. Irgendetwas ist da nicht gut gelaufen. Gucken wir noch mal näher. Also zweite Woche Januar nicht so toll für den Stier. Und guck mal da. Da kommt trotzdem die Wunscherfüllung hinzu. Also denke ich mal, dass ein ordentliches Gewitter die Luft gereinigt hat. Vielleicht ist auch irgendetwas angesprochen worden, was ein bisschen unangenehm war. Oder wird angesprochen, besser gesagt. Das liegt ja in der Zukunft noch. Aber ihr kommt dahin, wo ihr hinwollt. Aber ihr müsst halt erst mal durch diese unangenehme Diskussion oder eben eine negative Erfahrung mit jemandem, der euch vielleicht nicht so nett gegenüber tritt. Dritte Woche. Der Ritter der Kelche. Da haben wir den Buben der Münzen. Das ist wieder eine Sache Stabilität und Sicherheit, auch in der Liebe. Ein Angebot, eine Offerte. Sieht doch gut aus. Und der Hierophant. Eine sehr traditionelle, positive Verbindung. Vielleicht sogar Heirat. Also im Gegensatz zur zweiten Woche natürlich das genaue Gegenteil. Obwohl, wie gesagt, die zweite Woche geht auch gut aus. Aber eben erst mal durchs Gewitter. Die vierte Woche. Ass der Stäbe. Ihr könnt etwas, ich sag mal, sehen, was ihr dann später ernten könnt. Oder ihr fokussiert euch auf einen Punkt, der sehr erfolgversprechend ist in der Liebe. Auf eine Person vielleicht. Vielleicht ein Feuerzeichen. Das sind Schütze, Widder und Löwe. Und ihr seid locker, flockig und wahrscheinlich frisch verliebt. Der Narr, der sich auf ein Risiko einlässt. Ja, sehr schön. Dann schauen wir mal, was die Liebesengel dazu sagen von Doreen Virtue. Was haben sie dem Stier zu sagen im Monat Januar? Sich gegenseitig kennenlernen. Indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Das kann sowohl Singles betreffen, als natürlich auch Paare, die sich vielleicht mal Dinge erzählen, die sie voneinander noch nicht wussten. Also, bis auf die zweite Woche. Alles top. Ja, aber ihr könnt ja in der zweiten Woche ein bisschen vorsichtiger sein. Auch mit den Äußerungen vielleicht. Etwas vielleicht nicht so barsch ausdrücken. Einfach nett. Dann könnte das Ganze auch wieder, ja, schneller zu den Neuen der Kelchen, der Wunscherfüllungskarte führen. Ja, was auch immer euch da in Streit versetzt oder wo ihr drüber grübelt, was euch beschäftigt. Letztendlich geht es gut aus. Und wenn ihr daran glaubt und wenn ihr euch das sagt und wenn ihr das jetzt gesehen habt, dann könnt ihr damit gut umgehen. Ich wünsche euch jedenfalls nur das Beste. In der Liebe, im Job und überhaupt. Also, bis demnächst. Tschüss.